Oh, 339. Jetzt siehst du die Werte. Dass er nicht geklaut ist, ne? Also ich hoffe nicht, dass er geklaut ist. Einmal Blinker links, einmal rechts bitte. Was war das denn hier? Der war dran hier. Ich hab damit nicht zu... Hier, Jonas. Hast du ja fast meine ganze Hand da rein. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Ich sag dir immer. 500 Euro hab ich dafür bezahlt. Hölfverlust haben wir. Der ist ja sowieso nicht angemeldet, also kann ich den nicht stilllegen. Ja. Willkommen bei Krafttipp. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um mein A318D Quadro. So, heute ist Donnerstag, heute ist TÜV-Tag. Und gleich kommt der TÜV-Prüfer, mit dem ich schon seit 10 Jahren zusammenarbeite. Wir haben schon ein, zwei Termine. Da werde ich ihn mal fragen, ob er vielleicht Lust hat, meinen Quadro für 500 Euro einfach mal spontan zu prüfen. Aber er weiß nicht, wie viel ich es gekauft habe. Dass es ein Quadro ist, dass es ein Turbo ist. Wie gut der noch im Zustand ist. Oder ist er eigentlich gut im Zustand? Oder es sind einfach ein paar Sachen, was ich selber nicht gesehen habe. Und er guckt sich das natürlich komplett mit einem Ingenieursblick an und nicht mit einem Kfz-Meiser-Blick. So. Wenn der Wagen jetzt angemeldet wäre, wird er den stilllegen? Oder wird er die Plakette drauf klatschen? Oder was sind die ganzen Mängel, die er findet? Und lass dir natürlich ein bisschen Liebe da. Das ist für mich echt ein Hammer, Hammer geiler TÜV-Prüfer. Hier nochmal schöne Grüße an Jamal. Das erste Problem, Jonas. TÜV-Relevant? Ja, da solltest du uns schon einen neuen dran machen. Was wir hier unter der Motorhaube gucken, ist, was sehr wichtig ist, die 70-stellige Fahrzeugdämmnummer. Ja. Hier ist die ja. Den Fahrzeugschein vergleichen, dass er nicht geklaut ist, ne? So die Flüssigkeiten. Also ich hoffe nicht, dass er geklaut ist. Ich hoffe mal nicht, dass da eine Änderung drin ist, mit Luftfilter. Nee, gar nichts. Hat er gar nicht. Alles fest? Alles fest, die Batterie ist neu. Okay. So weit, dann ist es okay. Motorhaube machen wir mal zu. Wusstest du, dass das ein Turbo ist? 1,8 T? Ja, später. Das habe ich gesehen. Du kennst das nicht. Guck dir immer den Kilometerstand an und guck mal, wie er anspringt jetzt. Oh, 339. Warum? Ich habe eben, als ich hier reingekommen habe, geguckt, ob das mit dem Airbag ORBS und die ganzen Kontrollrechte funktionieren. Ja, genau. Wir müssen hier angehen und dann wieder ausgehen, ne? Was wir hier drinnen alles gucken müssen, ist alles, dass die Windschutzscheibe nicht gerissen ist oder ein Steinschlag. Dass wir die Gurte einmal alle reinstecken gleich. Das mache ich direkt, wenn ich hier einsteige, ja? Wir werden mal gucken, ob das alles hier funktioniert, ne? Das ist hier alles in der STVZO. Ist das alles hinterlegt, was wir alles gucken müssen, ne? Aber wie läuft der jetzt für 340.000? Also ich bin positiv überrascht, muss ich sagen, ja. Wusstest du auch, Jumabe? Ich weiß nicht, ob das jetzt im Fahrzeugstein steht. Ja. Das ist ein Quadro. Bremsen hinten habe ich gängig gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch halten. Aber was mich wundert hier, ich sehe ja wirklich diese, hast du die im Nachhinein jetzt? Nein, 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 nein. Das ist alles original. Das war noch Qualität früher. Echt? Wir bremsen den, gucken nicht durch. Und dann schauen wir mal, einmal hoch machen, ja? Jetzt sehst du die Werte. Ja. Die Werte sind gut. Ja. Oh, wie ist es? Gut. Ja, der Maestro das aber gut gemacht hier. Handbremse ist gelöst und ist gängig. Und sperrt nicht. Das ist das Geile. Also bremsen ist top. Ist schon mal gut. Alles okay? So, Junus, einmal Blinker links. Einmal rechts bitte. So, gehst du einmal auf die Bremse. Bremse ist auch gut. Einmal Rückwärtsgang. So, einmal Nebelschluss und Licht an. Nebelschluss aus. Okay. Einmal gucken, Kennzeichenlicht mäßig. Junus, mach mal bitte an. Licht an. Beide Kennzeichenlichter. Also vorne war alles okay. Lichteinstellhöhe war gut. Leuchtweitenregelung war gut. Und hinten hast du nur Kennzeichenlicht. Okay, machen wir den einmal bitte hoch. Also, ist gut bis jetzt. Lichter sind in Ordnung. So, guck mal, was der Trüb früher gefunden hat. Hey, was war das denn hier? Der war dran hier. Ich hab damit nichts zu tun, Junus. Aber ich sehe ja, hier links haben die mal, ich glaube, einen Unfall gehabt, Jumabe, wie du es schwer siehst. Ja, sehen wir gleich mal. An der Tür. Und ich schätze mal, die haben hier einen, ich sag mal mal, das ist so ein Zubehrding, der einfach nicht passt. Okay, den machen wir einmal fest. Den mache ich fest. Und einmal hoch machen, Junus, dann gucken wir uns den mal an. Ja, ich weiß doch, was das macht. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Oh, hast du gesehen? Die Domlager. Also, die Domlager sind nicht die besten. Und was ich dir sagen kann, die Federn sind nicht original. Hast du Fahrzeugscheiben? Die sind nicht original, ne? Nein, nein, die sind auch nicht eingetragen. Okay. Also, ich hatte keine andere, deswegen habe ich die neu eingeklackt. Also, was wir bis jetzt haben, Lichteinstellhöhe, Federn, Kennzeichenlicht. Okay. Die Bremsscheibe sind leicht rostig, aber das kommt vom Stehen. Das ist jetzt nicht schlimm. Die Querlenker sind auch in Ordnung. Mhm. Profil ist in Ordnung. Ja. Reifengröße ist auch in Ordnung. Das sehe ich laut. Halt schon Schnee, das sind ja Winterreifen, die du schön drauf gemacht hast. Ich habe die zwar nicht drauf gemacht, aber... Okay, das sind nicht gebrochen. Die Querlenker sind gut, Belege sind okay. Ja, die sind gängig, Junus. Ja, ja, die habe ich auch gängig gemacht. Die Belege sind noch zu 30, 40 Prozent da. Wie gesagt, die Scheiben sind auch hier ein bisschen angerostet, aber das ist ja normal. Das ist okay. Der stand sehr, sehr lange. Ja. Junus, guckst du mal, dass du hier auch mal was machen kannst? Genau, da werde ich auch noch was machen. Aber das ist jetzt auch TÜV-relevant. Ja, das sind eckige Schneidekanten sind hier. Wenn du mir die vernünftig ein bisschen weg machst, dann müsste es okay sein. Viele denken, dass das nicht TÜV-relevant ist. Das ist TÜV-relevant. Ich habe mal einmal gehört, warum auch. Wenn der Fahrradfahrer einfach mal seinen Finger da reinstecken würde, kannst du den verletzen. Deswegen TÜV-relevant. So, Junus, das nächste Problem, was wir haben, deine Reifen sind vom 2. Woche 2011 sind die. Ja, okay. Also... Bisschen porös. Ich würde die... Sollten wir neue machen. Ja, Reifen definitiv. Dann haben wir schon mal eine Liste, was du alles ausarbeiten musst. Nein, um dich ist der nicht. Die Abgas haben wir ja auch nicht gemacht. Müssen wir mal nachher schauen, ob das mit dem Abgas alles funktioniert. Ja. Hat der hier hinten nicht gehabt. Ein bisschen angerostet, Junus, ne? Die Achse ist zwar angerostet, aber ist nicht durchgerostet. Aha, okay. Das heißt, ein bisschen bearbeiten, damit das nicht in die andere Richtung geht. Du hast ja fast meine ganze Hand da rein. Ja, habe ich gar nicht gesehen, ganz ehrlich. Ja, das ist aber eine Krankheit bei denen. Ja, auch hier habe ich den hier in der Hand. Ja, wusste Jumali schon. Hier genauso, ne? Ja. Aber das ist bei Audi so... Ja, das ist ja. Was für ein Baujahr? 2099. Ja, 99. Die Bremsleitung, Junus? Ja, das ist eine Krankheit. Das muss ich erneuern. Hatte ich auch im Video erwähnt. Ja. Sieht ihr auch sehr schön. Aber nicht durchgerostet. Aber es ist nichts durch hier. Ja. Okay. Ölverlust haben wir. Da sieht man, dass Ölverlust hat. Junus, Domlager, weißt du Bescheid? Ich weiß nicht, wie alt die Reifen vorne sind, Junus. Aber die müssen auch gleich sein. Dann weißt du auch Bescheid. Die Verlegung. Mal die Koppelstange anpassen. Ist auch okay. Okay. Die Bremsschläuche sind auch okay, Junus. Kommst du, das zeige ich dir auch noch. Die Antriebsmanschette. Oh, ja. Oh, ja. Da fehlt die Schelle einfach. Da fehlt die Schelle. Die ist nicht gerissen. Für seine Laufleistung und was ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Ein bisschen Arbeit und dann wird er die Hauptuntersuchung laut § 29 SC Prozet O bestehen. Was denkst du, was ich für dieses Auto bezahlt habe? Die Fahrzeugindustrie ist ja zur Zeit so, dass man wirklich Gebrauchtwagen sehr schwierig bekommt. Ich würde den mit Hauptuntersuchung so bei 1,5,2 schätzen. Ich sage dir immer. 500 Euro habe ich dafür bezahlt. Echt? Ja. Dann steckst du nochmal 500 da rein und dann bist du bei 1,000. Dann hast du ein schönes Auto, ne? Für den Winter Quadro kannst du überall rein. Kannst du auch wieder rausfahren. Schauen wir mal, was für die Tieferlegung ist. Das ist eine H&R Tieferlegung. Da gibt es bestimmt ein guter. Da gibt es. Habe ich auch. Da sieht man, dass das ein Quadro ist. Genau. Aber das ist schon riesig mächtig. Differenzial bei Quadro. Bei dem Winter, was wir letzte Woche in Deutschland gehabt haben. Beste, was es gibt. Ja, habe ich auch. Da passiert auch nichts, wenn du in den Boulder reingehst oder sowas. Ich habe hier eine Woche lang gefahren, Jumabe. Ist ein schönes Auto. Mach das fertig und dann machen wir eine Hauptuntersuchung nachher. Danke. Danke. Aber wir müssen ihn nochmal dann durchgucken. Ja, mach ich. Und dann schauen wir mal, ja? Alles klar, danke dafür. Alles Gute, Junus. Also keine Stilllegung. Der ist ja sowieso nicht angemeldet, also kann ich den nicht stilllegen. Ja. Der ist abgepaltet. Also VU wäre der nicht, wäre mit eblichen Mängeln. Ja. Und dann hättest du vier Wochen jetzt Zeit, um den nochmal fortzuführen. Aber weil der ja sowieso nicht zugelassen ist und wir schreiben den erstmal ja nicht, damit du in Ruhe den fertig machst. Das dauert ja bestimmt mehr als vier Wochen, bis du den fertig hast. Und dann kleben wir den ein. Dankeschön, Jumabe. Alles Gute. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich war ja sehr positiv überrascht, wie er reagiert hat oder wie gut der Wagen noch ist. Wir haben uns hier zusammen angeschaut, bis auf diese Löcher. Die Löcher habe ich echt nicht gesehen. Oder vielleicht habe ich die vorher im Video schon gesehen gehabt. Ich weiß es nicht. Sonst ist der Wagen ein Top-Zustand. Meint auch der TÜV-Prüfer. Ich kenne Autos, die 50.000 Euro wert sind und viel, viel mehr Mängel nahmen nach ein paar Jahren. Du hast hier ein Auto, was 22 Jahre alt ist, für 500 Euro gekauft und der ist noch ein Top-Zustand. Bis auf die Mängel, die schnell gemacht sind und überhaupt nicht viel kosten. Ihr wisst, was wir damit vorhaben. Da kommt ein K04-Turbular da rein. Da werden wir ein bisschen Software-mäßig was machen und mal schauen, wie viel PS wir noch später damit haben. Schreibt doch mal bitte unter den Kommentaren, ob ihr Bock habt, dass wir den Wagen einmal komplett so auf Low-Budget-Basis mal lackieren oder so. Oder verlieren, was auch immer. So einfach ein bisschen Liebe zurückgeben, weil für 500 Euro steht der Wagen doch sehr, sehr gut da. Der wird ja ein bisschen boost haben. Wir gehen nicht auf High-Level oder so. Wir gehen nicht auf 3, 400 PS. Was einfach ein K04, ich sag mal ein Schiener Produkt hergibt, werden wir machen. Die Jahre. Vielleicht mache ich ja auch Oldtimer. Fehlt ja nur noch 8 Jahre, dann ist der Oldtimer. Was sagt ihr dazu? Und lass doch mal ein bisschen Liebe für meinen TÜV-Prüfer da, mit dem ich seit 10 Jahren diese Firma gegründet habe und er immer neben mir stand. Hier noch auch mal von mir ein Dankeschön an meinen TÜV-Prüfer. Der beste Mann, der beste TÜV-Prüfer. Auch schöne Grüße an ihn. Und ihr habt ja selber gesehen, wie cool der drauf ist. Danke nochmal. Euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.